Das Projekt des neuen Stadtgebietes Internationale Smart Universität Mönchai wird von der AG für Investition und Personalentwicklung Ladeco Investiers. Das Projekt befindet sich in den beiden Stadtteilen Gienhung und Fulung im Distrikt Hadong, dem süßwestlichen Teil der Stadt Hanoi, einem Gebiet voller historischer Kultur. Hadong ist ein Distrikt mit einer schnellen sozioökonomischen Entwicklung der Hauptstadt. Das Projekt hat eine Größe von 34 Hektar, darunter hat die Landsfläche von 14 Hektar die Funktion von Universitäten und Forschungsinstituten. Es besteht aus der Mönchai Universität, Vietnam-Korea Internationalen Universität, internationalen Schulen mit vielen Stufen. Dem vietnamesis-koreanischen Kontohaus, praktischen Krankenhaus, Grünflächchen, Sportplätzen und Straßen. Die Grundstückfläche von 20 Hektar hat städtische Funktionen, davon sind 3,7 Hektar für Verkehrsland, zur Öffnung der Ringstraße 3,5, 2,3 Hektar für Wohnhäuser, 14 Hektar für gemischtes Land mit städtischen Funktionen, Land für Neubau, Grünepacks, Sportmöglichkeiten und Verkehr in den Haft des Projekts. Das ist der Ort, um das Innovations-Stat-Up-Ökosystem zu fördern, um die Zugänglichkeit zu der vierten Revolution zu realisieren. Realisierung von Hightech-Anwendungen von der Verwandlung bis zum Betrieb, nämlich Smart Management, Smart Ökonomie, Smart Umwelt, Smart Infrastrukturverbindung und Verbesserung der Lebensqualität der Menschen. Smart City ist ein Projekt, das in den Aufbau und die Entwicklung eines Bindungsökosystems vom Kindergarten bis zum Hochschul- und Postgraduertenstudium investiert. Ökosystem der wissenschaftlichen Forschung, Bindung des Personals mit internationaler Qualität, durch internationale Bindungsprogramme zur Verleihung von Abschlüssen in Vietnam, Ökosystem der Forschung, Anwendungsentwicklung von Hochtechnologien, digitalen Technologien, künstlicher Intelligenz und Innovation, Ökosystem von Infrastruktur, Smart City, Gesundheits- und Finanzdienstleistungen, Fonds für Akkumulation von kultureller Werte und Zivilisation Vietnam, internationalen Kulturaustausch. Kloneller Werte und Zivilisation Spaziti schafft ein hochwertiges, modernes und stimmvolles Leben mit funktionalen Werken für kreative Startup-Ökosysteme, wissenschaftliche Forschung, Finanzen, Handeln, Dienstleistungen und Kommunikation, Justice, Bindung, Büro, gemisste Wohnhäuser, Bäume, Stadtverkehr, niedrige Hochhäuser, Duplex-Villa, Semiditäts-Villa. Mit 650 jungen Startup-Unternehmen und mehr als 25.000 Arbeitsplätzen ist dies ein Ort für junge Menschen im In- und Ausland, um kreative Unternehmen zu gründen und ihre eigene Heimat breit zu werden. Dreiseitig können Sie sich hier auch um die Entwicklung und Weiterentwicklung von Hightech-Anwendungen bemühen. Dadurch wird die Arbeitsproduktivität erhöht und mehr Wäsche geschaffen. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit helfen Ihnen, sich hier niederzulassen und mit einem Einkommen zwischen 15.000 und 25.000 US-Dollar pro Jahr zu arbeiten. Dies führt auch dazu, dass dem Land eine große Division Quelle erhanden bleibt. Hochhaus-Komplex 25 bis 33 Stockwerke mit Funktionen wie Büro, Handelsdienstleistungen, Wohnhäuser, Office-Tel, Sub-Haus, ein großer Platz mit Parks, Bäumen, Sportmöglichkeiten, interne Verkehrsstraße und die Ringstraße 3,5 verbinden das Assozentrum. Das Projekt trägt dazu bei, das Markenzeichen der Hauptstadt Hanoi im frühen 21. Jahrhunderts zu prägen und das Image einer innovativen, dynamischen, transparenten und verantwortungsbewussten Hauptstadt festzulegen. Das Projekt des neuen Stadtgebietes Internationales Marken-Universität Nutschein ist ein Symbol für Wissen, Wissenschaft, Technologie, Kreativität und Stadtab der Hauptstadt Hanoi mit Jahrtausend Anteil Zivilisation. Das Projekt trägt dazu bei, das ist ein Symbol für Wissen, Vielen Dank.